Der nimmt auf. Okay. Der nimmt auf, aber übrigens der Anfang der Folge. Herzlich Willkommen zu League of Legends mit Abos und Freunden. Hallo. Ihr dürft alle Hallo sagen, ich stelle euch jetzt nicht alle vor. Hallo. Wir spielen Poppy, Kyle, Volibear, Grace und Ryze gegen Leona, Morgana, LeBlanc, Katharina, Jax und das Danze nennt sich Aram. Also wir haben es nicht selber gepickt. Wollte Ryze haben. Nur um es klarzustellen. Er wollte Ryze haben. Eigentlich hatte ich Ryze und der Ryze hatte Graves und der Graves wollte tauschen, also hab ich getauscht. Lieb wie ich bin. AP, Woolly geht ab. Nur weil du den schlechten Skin da hast. Ich sag schon mal, LeBlanc wird uns zerstören. Katharina, wir werden eh voll eh, Herr Belly. Morgana ist auch schlimm, eigentlich ist das total scheiße für uns. Ja. Das ist voll das Burst Team. Ja, ist das auch. Leona, Ultra Tank und der Rest ist größter. Holt euch einfach ein bisschen Magic Resistance. Gleich am Anfang. Jetzt noch ein bisschen eh, ja. Ja. Mein E skaliert auf AP und meine Ulti. Oh. Geil. Ich könnte mir Magic Mrs. Schuhe kaufen. Das ist doch toll. Das mach ich. Ich weiß schon, was ich mir holen werde. Ich hole mir jetzt erstmal ein Herz von Gold. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Okay. Und ein paar Pränke. Ne, Tränke habe ich gar nicht mitgenommen. Pff. Goldbräufe. Wir brauchen Gesprächsstoff. Super Thema. Ich bin heute nach Düsseldorf zu meiner Schule gefahren, um zu gucken, wie ich da hinkomme am Dienstag und bin dann wieder zurückgefahren. Geht's halt. Und jetzt? Weiß nicht. Gesprächsstoff vorbei. Also ich hätte mir heute den Wecker für halb 8 gestellt, weil ich eigentlich früh aufstehen wollte und bin erst um 3 Uhr nachmittags dann aufgestanden. Ja, ist gut so. Normal. Fert sich so. Also, ich war aufm Flohmarkt und da war viel los und dann bin ich wieder gegangen. Telefon. Fertig. Interessant. Boah, da reicht's. Da macht ja so gar kein Demand mit. Warnung. Pass auf, es kommt ja schon welche von Morgana, die müsste ich anfangen. Genau, wenn ihr uns nicht trefft, dann können wir angreifen. Und auf Leona auch was. Oh mein Gott. So. Eigentlich müssen wir auf alles aufpassen, oder? Ja. Ja. Nicht zu weit pushen hier. Lass jetzt die wieder machen. Ich rufe mich jetzt an die Power-Technik. Außer, dass ihr euch dran und fertig warst. Du musst dein W zuerst nutzen. Boah. Dieser behinderte. Aber Ryze ist keiner von uns, ne? Nee. Na also darf ich nicht zufällen. Du behinderter Ryze, nein. Ja, der ist hier. Nicht so hart. Mit dem, den hörst du. Der kann nicht zufören. Ich weiß. Außer, wenn er jetzt... Außer wenn er jetzt... Ich weiß. Außer wenn er jetzt... Meiner halt. Und geht schon da rein. Oh mein Gott ey. Ich bin schnell. Was cool ist, ich brauche nur einmal mit meinem E alle Treffen und dann... Oder EIN Treffen und alle anderen müssen oben rumstehen und ich kriege nur Assists. Ja. Jetzt gehen wir schon mal ein bisschen hier auf AP'en. Ja, halte deinen Kopf von uns. Pusher auf mich wie die Hülle. Ja, ja. Der Ryze geht da rein und bringt Doppelstun ab. Ja. Weil der Ryze rum ist. Ja. Heiß. Ja, weil der Ryze aus Ryze. Ja, wenn du... Wenn du einmal gestunt bist, dann bist du auch gleich im Doppelstun ab. Ciao. BW Kaccha. Ist der erstmal wieder ein bisschen geraged, weil ich sie gekillt habe. Boah, ich mach jetzt schon mit meinem E. Ein, äh... 150 damage. Entschuldigung. Voll ok. Egal, ich bin sehr frei. BAM 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 BAM. Guck mal wie ich den gebe. Aha. Morgana hat sogar nicht mal drauf. Ja, die können nichts machen. Ich hab' nicht drauf geholfen. Ich hab' nicht einfach mit neun. Ich krieg' keinen Mana. Auch nicht. Ganz ruhig. Ich hab' voll Mana. Ich weiß auch, weil er down stirbt. Wasch. Nein. LOL. Du hast ihn nicht gekriegt, glaub ich, ne? Nee, hast ihn nicht gekriegt, ne? Nee, nee. Aber klappt. Da ist wieder ein geflamed, ey. Schauen wir jetzt andere von hinten und unten, hinter uns. Nein. Doch. Ich kann dich nichts lohnen. Nein. Ich hab's bekommen. Ist dir sicher? Ja. Ja. Ich hab' mir alle gerastet. Weiß ich nicht. Außer ich hab' mir bei mir viel besser aufgehoben als bei dir. Ich hab' mir viel mehr Schaden. Zweifelig. So. Ich krieg' grad noch mal da hinten hin. So ein Stunnen bringt gar nichts bei mir. Macht doch nicht genug Schaden. Ich teile uns mal ein bisschen so. Ja. Soll ich mitmachen? Ja, dass ich grad nicht da wache. Ich habe keine Zeit. Geh weg. Ich bin dafür, wenn wir Fokus hier in den Blauen. Na, wenn wir erstmal an die rankommen irgendwie. Ja, wartet bis ich Ulti hab' und dann können wir das machen. Ich hab' eine Ulti. Ich hab' eine Ulti. Ich mach mich ja meist mal hinten wieder voll. Ihr habt's ja nicht gesehen. Ihr habt hier schon so schnell Ulti. Warum hab' ich die noch nicht? Bist du einmal gestorben? Ha! Ja! Ulti! Hast du ein Assist? Boah, wie viel Damage? Ja, hab ich auch. Ja, okay. Keiner hat's noch nicht. Nein, ich strech's nicht. Jawoll! Ja, weiß, kein Schaden. Mach' doch nicht raus. Du weißt, ob du nicht rauskommst. BAM! Zero. Oh, ey. BAM! 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 Noll! Die Katter ist so dumm. Blech! Boah, ich glaube, wir tun' wir erstmal direkt eine Seed. Ja, ich konnte sogar... Ja. Jawoll! Oh.. Warum hab ich das verkauft? Wollt' mal sehen ein bisschen, ey. Wie ich die Morgane einfach mal kaputtgemacht hab. Obchen wir ein Hühnchen? Mit Bolli, oder was? Ja sicher! Ja, AP Volley. Weißt du wie krass der E auf AP skaliert, mann? Ich hab 77 AP und mein E kriegt 50, äh 250, was hat er denn stattfindet? Das ist das Go Alex, Go Alex, viele Blancs, viele Blancs. Mein Name. Ja, wir sind ja gut dafür eingesetzt haben, dass er so gelaufen war. Marget, ich hab in einer Minute 15 Ulti wieder. Ey, die Blanc ist mal so fair. BAM! Verdammt. BAM! Ich will nur eines auf dem spätestens halten. Ah! Super, schließe nix. Hinter Morgana. Da machst du nix, wenn da so ein Brody ankommt. Entschuldigung. Nein! Was macht ihr denn da oben schon wieder? Ich hätte nur einen Ehen machen müssen, aber dann wurde ich gesandt. Der hat sich doch geirrt. Und Peter? Der hat sich doch ge-yield. Die Morgana? Ich hab trotzdem mit einem ge-yield. Das ist doch ge-yield. Nein! Ja, was ist doch ge-yield. Nein! Oh, wie will ich denn hier? Alter! Wie geht's doch? 17 am Endstand! Lampen enjoyable! Und, zupf! Schnitt, rumpf! Blooping, didn't lose, noch nicht. Zupf! Einer- 친구 is er tot! ils, ehrlich zu sein. Das ist Blitz! Du kommst noch den Power kaputt, weil die... Er war... Boah! Richtig! Noch nur ein bisschen Schaden. Nicht zu viel. Nein, ist weggegangen! Geist! Ja. So. 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 Like a mouse. One hit creep. Boah, ich hab wieder AP, Wolli, 4, 4, 5. Wie schlecht ist das denn? Oh mein Gott. Ach, das war nur der... Das war nur der Clown. Ja, das war ein Glück. Ich hab den kaputt gemacht. Super. Und sonst... Hat sich gelohnt. Ja. Nicht wirklich, aber... An ey, jetzt hör mal auf, mir den ganzen Farm zu klauen. Ich hab noch nichts gemacht. Da! Oh mein Gott. Und... Gute Nacht. Jungen Nacht, Alex. Jungen Nacht, Alex. Mal holen. Kannst du nicht rum ins Schild. Nicht da rein gehen, Jungs! Nicht da rein gehen! Ja! Ich bin auf der Ulti raus. Ich bin auf der Ulti raus. Ich habe keine Zeit. Nein! Nein, ich bin ja nicht auf der Ulti raus. Nein, ich bin auf der Lies raus. Ach, war eh nur der Clown. Der Clown! Auf einmal Clown, ich bin auf der Ulti raus. Ah! Oh, lass dich da nicht! Blöde Stern reingesprungen, Mann! Komm, Bicker, jetzt mach mir mal endlich Ding, jetzt will ich meine passive haben. Ich will wieder leben. Oh, jetzt mach mal ein bisschen Damage. Ich will meine passive haben. Guck mal, Bicker, weil ich will meine passive haben. WIEIKEN Das war so schön Wie ist das was? Wie ist das was? Wie ist das was? No, Minkill War das ein guter Eröffnung oder? War doch cool Schön, ich kann jetzt mal mit den Ulti eröffnen In der Saal Warte jetzt Warte auf die Morgana Hier kommt, ich stehe platt Gute Einstellung Kommt schon, Alter Übrigens, ich hab noch meine Wäsche Guck, da ist sie doch Oh, verdammt Oh, ein Lok ist ja da vorliegt Evil of Smoke Oh ja, ist halb tot Auf die Karte, auf die Karte, auf die Karte Ja, was? Ja Sehr schön Ein Kripp Ich bin auf Wohlen Klipp Was? Ich lebe doch I got this Pass auf Es ist gleich die Leblanc kaputt Komm, lass ihn hier riß, lass ihn riß Ich bin da nett Du bist nur nicht, glaube ich Der macht ja gleich an als ich Ja 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 Mensch, die haben gewordet Ja, klar Ich seh da so ne tote Leblanc Au Fuck Nicht ehrlich, oder? Ich kämpelte Ich kämpelte Jawoll Ich muss noch wieder sterben Ich betümmel Ich habe zu viel Geld Ich muss hier weg, ich muss hier weg So Nice Ziel Ja, aber Eins geht schon Müll, oder? Ich muss noch wieder sterben Ich schiebte Ich schiebte aber grundsätzlich auf mich, oder? Oh, sorry Ich habe gesehen, wie ich die weggekickt habe Ich habe gesehen, wie ich die weggekickt habe Ich habe gesehen, wie ich die weggekickt habe Hier ist gescannen Oh, der geht auch noch Einmal eine Ulti hat aufgehört Nein Ehe Ehe Dank gegen die Wand Dank Stolp Jaaaach Es war auch nicht zu bündem Iaaaaaach Na, kleiner Verdammt Du kannst dich selber heilen, du Arsch Ne, kann ich nicht Meinst du so hier? Ich bringe nichts, was Fieser ist Ah, nein Was ist hier? Das war der Falsche, aber ich hab 25 Gold Ich hab jetzt mal ein Blutchen hier, ich glaub Ich hab jetzt mal ein Blutchen hier Ich hab die Asienschrift nach Frost G-G-Lippen Wadraki Jawohl, du hast den Jux noch geprüft Wir waren aber alle low Von daher Ich wollt mich eh töten Und eigentlich haben wir einen tötet Turret Boah Warte alle, warte auf mich Ne Attacke Ja Hau ab, Stille Mein Yield Waddam Tweet Ja, genau Boah Boah Waddam Damage gesehen, Alter Pfff Ropfen wir einen Huch Du hast einen Blutlöster aufladen, lass doch mal dich Hä? Hä? Ja, gut Du hast gerade keine Aufgabe Jawohl Jawohl, komm an Komm Pfff Gibt's ein Damage Bende Hatte Bende Wolli Ja, und alle kaputt Gilde Tue Ha? Weg EY hallo Weg Da ist der Tag he alle wurden hätten wir hätten keinen warum die anderen ich hab krampf so gesehen ich hau einfach in die Hunde und dann ist gut dann haben wir so richtig gewonnen hier gibt natürlich so einen Stempel ich bin noch wer noch ich bin noch ich bin noch boah wo ich mach das ich hab das nicht Angst boah jetzt mal hier im vierten Tore ist so great schon zweimal jawohl weh komm her komm her du schlau nur uns obwohl jeder der schnack du hörst du was wirst du wirst 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 wenn Jax ein Beispiel nicht nur magischen Schaden macht Mein erstes Item war ein Depp-Item, deswegen bin ich auch so wenig gestorben. Ja, boah, du hättest kommst. Ja, kill die nicht, so können die doch nichts machen, wenn die so los sind. Einfach nicht killen. Nicht killen. Es ist viel schlimmer, wenn die zurückkommen und wir voll sind. Ja, auf die Kasse drauf. Guck mal. Guck mal. Sieht ja nie alles. Mach M, du da. Drei hart. Meiner weiß. Man hat ja. Ich hätte doch nur 3000 Mana. Ja, easy win. Tschüss. Tschüss. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Haag. Gewonnen!